Nichts. Das ist was aus der, ne? Ähm, was hab ich hier doch alles drin? Äh... Warte mal, am... Bevor wir das dann nochmal wieder reintun müssen, tun wir das doch am besten direkt ins AE. Das Uran. Weiß ich schon, dass du jetzt vielleicht sterben könntest, ne? Okay, Glück gehabt. Ah, ich bin bei 6 Herzen. Nein, jetzt nicht. Something bad happened around you. Können durch Flammfly mal Balance bohren? Nein, nicht, dass ich wusste. Nein, nicht, dass ich wusste. Boah, wie ich hier auch hier ist, weil ich diesen Scheiß-Satz nicht lese, sofort hochfliege und nachschaue. Okay. Ich weiß, was euch Flammflamm passiert ist. Meine Schuhe haben einen netten Text bekommen, meine Freerunners. Freerunners. Das awesome golden thingy of things recently found in Convention of Nighting by the Dosh 41. Und meine arme Jetpack misspeelt Ted of Looting. Auch noch irgendwann. Vielleicht auch einen Free-Ref am besten? Nö. Ihr habt zum Glück noch nix abbekommen, glaube ich. Sei froh! Ich krieg' lang in der Krise, ich kann schon davon gar nicht mehr richtig... Boah! Scheiß! Au, au. Wird knapp, wird knapp. Ja, ich glaube, jetzt geh' ich drauf. Ich hab' überlebt! Wenn du das machst... Na ja, jetzt wollen wir weitermachen. Ach, na ja. Ich fände aber hier wieder ein bisschen planlos rum, ne? Ich versuche immer noch... Hier ist das... Äh, mit... 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 Da war ich schon was zu machen. Na, da war ich schon was zu machen. Wollen wir vielleicht über wie viele Gästen schon mal aufmaufen, ähm, Motzen? Können wir. Achtung, Flachwitz incoming! Flüser hängen schon mal... Wollen wir, weil der Scherz... Hängen schon mal an der Decke. Hängen schon mal an der Decke. Awww. Was? Christian, ich habe eben ne Überlose des Radioaktivität abbekommen, du wirst du nicht mehr als, als ich noch klar denken kann. Ich verloffen, dass ich jetzt... Äh, jetzt richtig geschrieben habe. Weißt du, was mir grad auffällt? Ähm, wenn du ne Maschine abbaust, die gerade läuft... Was? ...dann wird die ganze Energie... ...dring gespeichert. In der Maschine. Hab ich grad bei... Blööö. So, die Purification-Chamber ist jetzt auf, ähm, Factory. Das war, äh, links ist, äh, Dark Blue hin, ne? So, ich kann das mal gerade mit dem Lita zeigen. So, brauchst du einen Gang zu konfigurieren? Ne. So. Nein. Bei mir kam gerade nix. Hm? Na ja. MAAAAN! Oh, Mann! Oh, Mann! Ne, das bist du. Ey, ist das unglaublich. Ja. Weißt du was? Jetzt reicht es mir. Ich habe jetzt hier rausgefordert. So. Wird knapp. Und? Ne. Wird knapp. Ne. Boah, schade, war knapp. Hab ich das gar kaputt gemacht? Ich bin so ein Eumel, das ist unglaublich. Lass es da. Alter. Hau. Da hieß. Bäh, ich bin lustig. Na ja, ich mach mal jetzt. Jetzt laufen wir hier so ein bisschen sehr planlos rum gerade, ne? Ja, das war so der Plan, wo ich die ganze Zeit muss hier die Energie versorgen können. Ja, warte, warte. Ey, scheiße, hab ich einen an der Waffel. Hast du eventuell... Ahnung, wie ich das Biofuel flüssig mache. Das kann man flüssig machen. Und in den Tank speichern. Wieso flüssig? Können wir aber mal nachschauen. Ich würd sagen, das machen wir dann echt in der nächsten Folge, weil ich weiß halt echt nicht mehr, was ich machen soll. Ja, und da bist du die Zuschauer gerade ein bisschen sehr langweilig, find ich hier planlos rumrennen und dann halt noch... Hier war irgendwo ein Creeper. Zumindest hier hab ich einen gehört. Ich freu mich gerade nicht runter. Ähm, ist das okay? Ah, ja. Ja. Flimflam? Ja, oder einfach weglegen. Wir müssen mit Flimflam echt vorsichtiger sein. Eben. Aber das wär ja langweilig. Gut, aber ich würd dann sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn's wieder heiß. Moment, jetzt hab ich fast die letzten Sprüche vergessen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt doch mal einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Ähm, wenn's euch nicht gefallen hat, außer das Krachen, da weiß ich Bescheid, ähm, könnt dann einen Daumen runter geben und auch in die Kommentare schreiben, was man da machen könnte. Schau da mal beim Bakerman vorbei, oder beim Trivolo, oder beim Street Digger. Und dann würd ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's play Minecraft Technik. Vielen Dank.